Jürgenmann sterbe ich sowieso Bis dahin spiel ich mit deutschem Rap an Domino Weil es für sie um Kind alles hingeht Ich bin so sehr braun Jo Freunde, was geht ab? Back in dem Game, heute meine Begrüßung ohne die Vape Es ist wieder der Angel hier für euch am Start mit einem weiteren Video Heute was ganz besonderes Ich bekomme meinen fucking Gaming Stuhl Der ist hier, liegt auch schon vor mir Im Hintergrund seht ihr Rainbow Six Okay, der Ladebildschirm oder Controller anschließen Rainbow Six Siege Digga, meine Haare sind ja unfliegt Eww, wahrscheinlich, oder? Heute mal in so einem roten Outfit mit so einer Destroyed Hose Ich weiß nicht, wie soll ich Schuhe jetzt hier im Haus trage, aber okay Es sind einige Sachen angekommen, die wollte ich euch ja natürlich nicht vorenthalten Zum einen dieser wunderschöne Stuhl, den ich jetzt aufbauen darf Zum anderen ist dieses Oberteil zusammen mit einem schwarzfarbigen Kollegen gekommen? Kann ich das sagen? Ja Und ganz speziell sind noch Shisha Sachen angekommen Ihr habt richtig gehört, Freunde Shisha Sachen sind angekommen Ich hab mir dann jetzt auch mal ein Silikonkopf gegönnt Dazu sind noch zwei neue Dampferpasten angekommen Einmal Eisbeere Das, ich denke, es schmeckt wie Heisenberg Es riecht auf jeden Fall so wie Heisenberg Und einmal Eisbonbons Arctic Ice Das schmeckt nach... Ihr wisst schon was Scheiße So, dann würde ich mal sagen Bauen wir den Stuhl jetzt zusammen Ich hab noch was wichtiges vergessen Ihr kennt das ja Als Gamer hast du bei deinem Gaming Stuhl hinten so eine Nackenlehne Und hinten unten an deiner Hüfte Ich hab mir was anderes einfallen lassen Anstatt so eine Nackenlehne Die jeder hat Ich habe einfach ein Massagekissen Oh sexy Das werde ich dann einfach an meinem Nacken dran machen Das kann man einmal mit Wärme und einmal ohne verwenden Findet ihr das Ding geil? Ich brauche euch mal einen Link in die Beschreibung Dann könnt ihr euch das auch holen Ist auf jeden Fall eine geile Variante Um das so das Gaming-Feeling noch ein bisschen zu erweitern Ich würde mal sagen, bauen wir den Stuhl jetzt so langsam auf Und dann seht ihr das Ganze, wenn es fertig ist Digga, ich mache hier einen auf richtig entspannt Leute, ich verlinke euch das Teil auch mal in der Beschreibung Das ist ziemlich nice Das ist der einzige Gaming Stuhl, den ich auf Amazon gefunden habe Der ohne Kopflehne ist Von daher, kauft euch dazu die Kopflehne Und Alter, chillt euer Leben Alter Der Ganze könnt ihr dann ganz bequem hier steuern So, jetzt möchte ich einmal ohne Wärme Und dafür ein bisschen härter Oh yes, und jetzt wieder mit Wärme Und hart Wie mein Pimmel Ich habe die Shisha vernachlässigt Kacke Eigentlich wollte ich mir jetzt einen smoken Jetzt ist mein Kopf bestimmt wieder kalt Dann machen wir uns mal schnell einen neuen Kopf, ne? Was ich vergessen habe zu sagen Der ist feuerfest Der beste Trick überhaupt Kopf Messer Zack Kopf mitnehmen Da eine Kohle total vernachlässigt Bruder, es tut mir leid Ah ja, ich mach da gleich alles sauber Keine Panik An alle Veganer Ich ess das auch noch Also keine Panik, ne? Man beschwert sich ja immer, dass man im Videos irgendwas verschwindet Tue ich jetzt nicht mit in der Den 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 gedegene Massage gönne und ein bisschen Shisha-Smoke. Oh yes, Link in der Beschreibung. 10% Rabattcode ist natürlich am Start. Möchte ich mich wie immer hierfür bedanken. Ich werde jetzt noch ein wenig Livestreamen. Also schaut immer mal auf dem zweiten Kanal vorbei. Da mache ich so einmal pro Tag so ein Livestream. Da zocken wir ein bisschen Rainbow Six Siege. Gab ja ein neues Update, ne? Wird jetzt erstmal angezockt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt so wie ihr seid. Danke, dass ihr wie immer dabei wart. Wie findet ihr eigentlich den Stuhl? Schreibt es mir mal in die Kommentare. und das stimmt am Anfang ab. Bis dann. Haut rein. Tschüss.